Hallo, ich bin der Martin. Ich mache hier heute mit, weil ich das unterstützenswert finde. Ich denke, sowas macht die Stadt einfach lebenswert. Und ich bin hier für den Kostnix-Laden zuständig. Der zieht übrigens am 1. April um in die Karlstraße 69, nur als Info. Und außerdem gibt es hier auch Heißgetränke und Kuchen, alles auf Spendenbasis.